Kaum etwas ist für den Erfolg eines Unternehmens so entscheidend wie die Führung. Bei der Entscheidung zum Unternehmensverkauf geht die Sorge los. Wie vermittle ich mein wertvolles Gut in passende Hände? Mit dem transhumanen Matching-Konzept verbindet Roland Schwarzer Unternehmensverkauf Deutschland GmbH das Beste aus zwei Welten, um Verkaufsprozesse zeitnah, sicher und für beide Seiten angenehm und diskret zu gestalten. Im ersten Schritt werden auf Basis technologischer Verfahren rund 1200 potenzielle Käufer selektiert und daraus, zur Ermittlung von echtem Interesse und passenden Werten, bis zu 70 Qualifizierungsgespräche geführt. Im zweiten Schritt wird der Humane-Faktor wichtig. Interessent und Verkäufer lernen sich erstmals kennen. Ab da entscheidet die Chemie, ob Verhandlungen geführt werden.